Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Ghosts Video. Heute geht es so ein bisschen um die Frage, wie man die Minigun in Call of Duty Ghosts bekommt. Der ein oder andere hat mich das immer gefragt, denn letztendlich laufen manchmal Leute mit der Minigun im Multiplayer rum, ohne dass es selber der Chakernode eben sind. Und es leicht erklärt eigentlich, man braucht auf jeden Fall die Unterstützungskillstreak in seiner Klasse und muss dann die Munitionspakete auswählen, die man nach 6 Kills bekommt. Wenn man diese Killstreak dann eben erreicht hat, schmeißt man dieses Paket einfach hin und kann dort dann letztendlich eben eine zufällige Waffe rausholen. Die ganze Sache ist wirklich sehr, sehr zufällig. Das heißt, da gibt es total viele verschiedene Kombinationen und die Minigun kommt ziemlich, ziemlich selten dran. Wenn man sie aber mal bekommt, dann hat man wirklich viel Glück. Das Ding ist ziemlich geil, hat glaube ich so um die 300 Schuss und letztendlich kann man damit auf jeden Fall gut abräumen. Es ist so, dass diese Minigun weg ist, wenn man gestorben ist. Das heißt, da muss man aufpassen und es ist hier auf jeden Fall so, dass man eben keine Munition mehr bekommt, zum Beispiel durch Plünderer oder so. Das heißt, man muss auch schön gezielt schießen, auch wenn so eine Minigun natürlich immer so ein bisschen dazu animiert, dass man ein bisschen durch die Gegend sprayt. Man sollte auf jeden Fall versuchen, möglichst genau zu schießen. Ihr seht im Hintergrund jetzt eben auch ein Gameplay dazu. Die ganze Sache ist natürlich gegen Bots erspielt. Man sieht es, denke ich, auch. Letztendlich war der Grund, dass ich jetzt hier gegen Bots gespielt habe, einfach der, dass es doch ganz schön aufwendig ist, eben so viele Munitionskisten zu erspielen, bis man dann endlich mal die Minigun hat. Und von daher dachte ich mir, geht es ein bisschen einfacher mit den ganzen Bots. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Minigun haltet und ob ihr sie schon mal im Multiplayer gesehen habt, würde mich interessieren. Außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen, falls euch dieses Video gefallen hat. Und falls ihr weiterhin Tipps und Tricks zu Call of Duty Ghosts sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts mehr. Das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.